Das ist Markus. Markus sieht für sein Leben gern fern und trinkt dazu am liebsten ein kleines Bier. Durch Zufall stößt er auf eine Anzeige in der Werbung, in welcher ihm Alkohol schmackhaft gemacht wird. Dadurch bekommt Markus Lust zu einem weiteren Bier. Doch wie beeinflusst Werbung Markus eigentlich? Dazu werfen wir einen Blick in das Hirn von Markus. In der Werbung will man uns immer wieder weismachen, dass Alkohol das einzige Mittel ist, um Spaß zu haben. Hier werden auf die Glücklichkeitsgefühle oder besser gesagt auf die Glücksgefühle gesetzt. Darum glauben auch viele Menschen nicht, dass sie ohne Alkohol Spaß haben können. Auch Markus trinkt lieber ein kleines Bier, bevor er tanzen geht. Doch nicht nur Markus wird von der Werbung beeinflusst. Werbung für Alkohol spricht hauptsächlich Erwachsene an. Doch leider werden dabei auch immer Minderjährige beeinflusst. Solche Werbung wird auch meistens zu bestimmten Zeiten gezeigt. So wird Werbung mit Alkohol eher gegen Abend ausgestrahlt. Aber davon bekommt Markus gerade nichts mit, weil er gerade am Tanzen ist. Am nächsten Morgen wacht Markus auf und ist sich gar nicht mehr so sicher, ob er nach dem zweiten Bier noch so gut getanzt hat, wie er dachte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017